auch schon wieder ein Tag vergangen und da sind wir wieder und mal das immer kurz überlegen das immer kurz überlegen muss jetzt gar eine Scheiße die ich immer noch mal machen wird hoffentlich gleich richtig überlegen hat gerade ob wir jetzt irgendwo einen anderen Weg schon geöffnet haben, aber ich glaube haben wir nicht das heißt du musst diese dumme Planierscheiße noch mal machen das muss aber nicht noch mal machen Planierscheiße? Naja, die sind mit den hier mit den Fackeln den Payment den Payment ich sag ja, es verlangt uns noch mal alles abgespielen in den letzten Metern lass es auch Kilometer sein was er macht auch plötzlich wird ja, er verdoppelt sich nur nicht von einer Töte das finde ich nett ich habe nicht üblich, hast du gemerkt? was hast du denn? NAAIIINNNNNNN? ist das nicht das? Ah, die Laterne! Weiter, 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 weiter. Lässt du bitte auf. Gut. Sehr, sehr gut. Ich hab einen Rohrwurm von Mubi im Filter. Das ist doch noch gar kein Song. Ja, das ist eine Folge von Mubi im Filter. Kennst du die? Sie sind geil. Die bedeutet in Ruhe? Das sind jetzt mal der Hochfahndung so lang. Und denn? Schießt aus sowieso. Ja, aber... oben trifft auf jeden Fall auch, wenn der Bisschen nicht mehr rechtsfallschießt. Nein, weil er ja auch eine Kernexplosion hat. ... neben der Richtungsexplosion. Okay. Eine Kernexplosion ist vielleicht das falsche Wort. Das ist ja was anderes. Ne, das ist nicht gut. Einfach den Schädel heben und dann... ... da war schon am Glückschen. Ui, ui, ua, aaa. Wie hohe Simpson sagte. Dann aß er. Käse. Boah, das ist aber auch wirklich... ... umfallen. Umfallen. Vorsicht, da geht nach unten. Jetzt kommt die blöde Stelle schon wieder. Ja, du hast mit... Ich wollte gerade seit 21 Minuten gebraucht, aber das ist nicht wahr. No run for it. Gemächtlich. Schade, das war ganz gut bis dahin. Ich würde gerne am, äh, Tier schlafen. Oh nein. Das klingt ja, als würde die Hölle auf Brooklyn niederregeln. Das ist ja auch passiert. Ich hab nichts gesagt. Ich hab mich... Ich hab keinen Vorwurf genommen. Ich hab mich nur geärgert. Das war ja bei mir auch schon scheiße. Aber die ist aber deswegen nicht besser. Jetzt musst du das... Nein, 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 nein. Ich musste nach rechts. Ich muss dann nach rechts. Hast du das gewusst? Du sagst mir das zu spät? Ja. Du sagst mir das zu spät? Ich soll das nicht. Ich wollte hier nichts sagen. Ich soll immer den Mund halten. Stopp, 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 Brooklyn gefriert. Die Hölle, ne? Regnet wieder. Die Hölle gefriert ja auch manchmal, aber eigentlich tut sie das gerade nicht. Das ist das Ding der Hölle. Ein Ding der Unmöglichkeit, hier durchzukommen, ohne das was passiert. Nehmen wir den Zauberumhang. Der Zauberumhang? Wie haben wir den? Gibt's den beim Sorakönig? Beim Ficken? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo es den gibt. Ich glaub irgendwo am Hyliasee. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ne. Trink nichts. Jetzt schnell rechts. Da war ich tot. Gar nicht. Jetzt hab ich das. Jetzt hab ich den Druck, den ich brauch. Oh nein. Ich hab Brooklyn am Start. Fast. Oder mitten rein, wie man's nimmt. Ach, hier muss ich auch noch so was essen. Ich will nur noch ein Beinaustellen, die sind so leid. Ich hab' mich bei der Katze entschuldigt, dass ich mein Beinaustellen muss. Was passiert hier denn, wenn ich hier hochlaufen? Weil wir wieder hochlaufen. Vielleicht gibt es ja ja Akkreen. Na guck. Da guck. Es gibt so viele verschiedene Pulver an dem Spiel. Da guck. Da guck. Da guck. Da guck. Da guck, da guck. Da guck, da guck. Ja. ach hier solche jungs die Mäuse kann ich hier nicht weiterlaufen nein ich vermute echt dass du hier oben nicht weiterkommst vermutest du echt? mhm und wenn ich jetzt nach links gehe und so gegangen kommt sie auch waren wir da schon? ja und so an die gleiche Stelle äh fast nicht eigentlich wir müssen einfach durch boah 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 zuerst mal nicht geklappt nee was ist deine Heizung an? äh nicht direkt warum? zum Teil? nee weil ich dachte dann spielt sie äh kocht gleich nee die ist gleich nicht an die Spezi was ist das Spezi? das sieht die nicht an? nein die Heizung ist nicht direkt gut hat so eingestellt dass sie anfängt zu heißen mit 120 Grad boah das ist aber warm das ist ja fast schon so eine Roma Temperatur das ist ja fast schon so eine Roma Temperatur das ist ja fast schon so eine Roma Temperatur ich heize immer so bis 18 wobei naja das kann ich mich aber nicht durchsetzen ja ja mann mann soll der blauen Sack und blauer Sachsen was ich muss noch nicht reden mit bei 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 ist das so ja weil ich lasse das weil ich vermiede dass ein Pflasterstein nicht nicht Pfeil ist so in Stolz ja wahrscheinlich als der wirklich Mercedes noch sie ist es ist es ist es ist wenn man es muss nur ein angeblich machen diesmal und ja ist auch wirklich dumm oder? es ist nur eine Mumie das erwarte ich denke ich mal bestimmt schon Pinkman da oben ist ein Pinkman blumen 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 um Unruhe zu stiften im Ganons Turm jetzt habe ich einen von ihnen umgebracht ja kann ich trotzdem noch auftreten da sind die toll aufeinander die ja ich würd schon sagen es ist noch einer weg aber es ist noch einer weg Blumen 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 die ganze Gruppe dezidiert aber jetzt kommt Brooklyn da musst du aufpassen muss voller Zuversicht sein weiter zu das ist gut umgedreht das ist gut umgedreht ja weiter zu nein da bin ich in der Mitte ich dachte der Bumpst mich woanders hin mal verändert der die Richtung ne geht der immer so rum ja jetzt schnell gut egal mal aus dem einen Blumen lässt du ihn mit deinem Solo ja der kann dann andere Leute anlernen da ist ja noch einer es gibt doch nur drei huch wie konnte das passieren naja du bist dann in den Abgrund gelaufen ich glaub man wird da reingesackt nein oh du kannst die Wand wegschieben hast du gesehen? die Wand wegschieben du kannst die Wand wegschieben wenn du den gegen die Wand schiebst den Mann das ist doch Quatsch das sah so aus gerade richtig toll ok du probierst es gar nicht aus ne? das ist doch Unsinn mach doch mal schieb doch mal die Statue nach links ne es geht nicht komisch ja wirklich seltsam an auf 4 4 Euro 5 5 5 muss ich hier weiter jetzt kommen wir zurück in den von eben aber diesmal haben wir die macht des von klaus affäre aus dem niederlanden 62 63 ja haben wir auch gar keine neue markt doch wir kommen jetzt nämlich dahin hier siehst du weiß ich auch nicht was wir jetzt können wenn er die nun ist es irgendwo hier anzünden hier ist doch das ist doch genau der ort wo wir eben waren die gibt es nicht zum anzünden wozu haben wir denn diesen ganzen fuck-up gerade gemacht? ich hätte wahrscheinlich noch nie aus dem raum raus dürfen geh mal zurück dahin aber es hat dir die ding gemacht guck doch mal kannst du hier gerade hochgehen nö besonders weit auch fachiert wenn man einen Schlüssel oder sowas bekommen guck mal hier kommen wir oft mal nicht mehr rüber aber wir haben noch eben gelernt dass mit diesem nichts haben wir gelernt die Schacke anzünden muss nichts weiter ja können wir vielleicht irgendwo mit dem Feuerstab rüber schießen und damit die Fackel entzünden da oben steht ja eine Fackel aber doch nicht ohne dass wir sie sehen boah was macht er denn nein wir sehen sie ja wenn wir da hochgehen hier aber das kann ja eigentlich nicht sein dann muss ich das überhaupt irgendwas geben gehen wir nach rechts oben an den Rand von dem rechts da oh ne da kannst du nicht hinschießen Feuermälderjohn macht das das an ach scheiße ey wieso mach das Feuermälderjohn einfach ich wusste ja nicht dass die Fackeln über zwei Räume brennen dafür kommt es an einer anderen Stelle raus wie wir vorhin immer so gehen nach Brooklyn oder da waren wir schon ja dann kriegen wir nämlich wahrscheinlich liegen wir dem anderen Raum den Schlüssel ich bin ja nicht noch mal durch Brooklyn oder nicht das war so ein Glücksding ne 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 das ist falsch ne 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 das ist falsch ne 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 das ist falsch ne 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 oberl das ist ja richtig gemeldet die Tür nicht auf das wäre zu einfach jetzt rechts branche und und nur und und auch liebe Leute und Brüder da sind sie mir 2014 die und die die Das ist auch echt Schikane, dass das jetzt nicht automatisch fertig schon ist, die Tür für immer auf ist. Das Vinyl hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Das ist nicht möglich, aber ich habe mich dann auch schon erlebt. Das ist meine Ruhe. Sie braucht eine Energie für Brooklyn. Das ist Flammengeste. Das ist ein guter Mann. Man kann ja auch Spenden steuerlich absetzen. ne? Ja. Weißt du, du kannst doch die Flammensteuer nicht absetzen. Ne, ich wollte das erstmal fragen, wie das so ist. Wie man das mal machen sollte. Spenden? Ja, und dass du steuerlich absetzen. Kommt auf einmal, wie viel du verdienst. Du hast dann sowieso Freibeträge, es lohnt sich erst ab dem Gewissen. Wobei, mit Spenden fällt sich das irgendwie anders. Die kannst du tatsächlich noch irgendwie abziehen von deinen Speuern. Weiß ich aber nicht genau. Aber normalerweise, nur, dass ich erst Gewissen so... Dann spende ich ganz viel. Ja, du kriegst ja nur ein Teil wieder. Ich will alles wiederhaben. Ja, ja, auch gleich der Start spenden. Ja, aber der weiß es ja nicht, was ich da bin. Weil du leider nicht gestorben bist, sondern nur umsonst gelaufen bist, sind hier auch alle Herzen jetzt weg. Das heißt, du musst jetzt mit vier Herzen durch ganz Brooklyn durch. Das ist gefährlich. Heute Abend, das ist zusammen mit einem Bild, wenn du ihn ausprobierst. Niederlons Turm. Was hätte ich gemacht, was hätte ich nicht mehr sagen, so nicht mehr so was ging, das ist nicht noch so. Es geht hier nicht los. Nein, 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 nein. Das war richtig gut, aber du hattest einfach ... Und nicht kurz nebenan, bis die Feuerbrunst weg ist. Du glaubst, das war jetzt nur so ein One-Hit-Wonder, ne? Aber ich werde dir mal beweisen, wie krass das jetzt wird. Oh, schade. Och, Mann. Wie lange... Das Video ist zu Ende. Wunderbar. Ich denke. Speiserröre.